einen wunderschönen guten tag herzlich willkommen zum heutigen live stream ich hoffe euch geht's sehr gut ich bin mal wieder da und wir zocken mal wieder eine runde wwe 2k 24 heute ist der offizielle release für die deluxe edition und deswegen kann es sein dass der ein oder anderer von euch schon am dadeln ist und es ist auch überhaupt nicht schlimm aber ich mache auch noch mal mit und dann gucken wir mal wie das hier so weitergeht also schön dass ihr alle da seid wieder 114 leute das ist doch schon mal sehr schön ich bin jetzt irgendwie ich habe mein stream layout hat jetzt irgendwie so ein bisschen umgebaut angepasst und so und ich weiß jetzt noch nicht so richtig wo ich hier hingucken soll mache ich mal so mache ich mal so habe ich den chat hier den chat auch gern da das ist schwierig naja freunde soweit so gut so hat mein code für die deluxe edition immer noch nicht ja gut das ist natürlich scheiße wenn ihr irgendwo bestellt habt und das ist einfach noch nicht geliefert dann ist das natürlich blöd dann müsst ihr halt doch wieder bei mir gucken kann auch sein auf jeden fall bin ich für euch da um alle eure fragen zum spiel zu klären aber erstmal dankeschön an den guten marco marco hat sich nie gedacht komm supporter eine mitgliedschaft die ist doch pflicht habe ich gehört dann machen wir das gleich dankeschön dafür mavox 100 bits und pain instinct 74 47 monate resub dankeschön dafür freunde wir sind mal wieder fein dabei hier das gefällt mir alles ja wie geht es euch habt ihr jetzt schon fragen habt ihr irgendwas schreibt es mal in den jeweiligen chat und dann können wir das auf jeden fall klären also fangen wir jetzt mal mit ihr zwei minuten dummes zeug labern und dann fangen wir an mit zocken oder ist doch eine gute idee das glaube ich sollte laufen so hey kann man sich das spiel heute nur vorbestellen oder kann man es auch heute schon richtig kaufen man kann das heute schon richtig kaufen wenn du dir die deluxe edition kaufst dann kannst kannst du dir das auch heute schon richtig spielen wenn du es dann gleich kriegst ja so ist in der standard edition auch der showcase modus dabei oder muss man die 40 jahre resmania edition holen da ist natürlich auch der showcase modus im standard spiel drin das ist ganz normaler modus der ist ganz normal im spiel das ist einfach ganz normal deswegen keine sorge so wofür dann die extra edition 40 jahre resmania ganz ehrlich ich habe keine ahnung ich weiß nicht was in der 40 jahre resmania edition drin ist aber ich google das gerne mal für dich so deluxe edition das ist klar resmania edition so drei tage vorher zugang das ist schon mal nicht stardust und dashing cody rhodes billy graham und noch so ein paar karten fahrer of my fraction karte zum beispiel dann den inhalt der deluxe edition das heißt der season pass ist drin es gibt mega boost in der story und so weiter und so fort es gibt noch karten für ria ripley und bianca belair es gibt noch alternative kleidung für die beiden und in der 40 jahre resmania extra edition ist die wrestlemania 40 arena drin die es ja noch gar nicht gibt showcase superstar roster freischaltung okay auch cool macho man randy savage von wrestlemania 6 wrestlemania 22 ray mysterio wrestlemania 30 triple h charlotte von wrestlemania 33 ria ripley von wrestlemania 36 und my fraction gold karten für die ganzen oben genannten wrestler das ist da alles mit drin also da sind exklusiv attire für die verschiedenen leute mit drin doch kann man machen kann man machen muss man nicht je nachdem weiß nicht ob ihr eine physische box noch kauft dann habt ihr dann natürlich auch noch mal was schöneres quasi so ansonsten live stream passt live stream läuft alles ist cool das ist erst mal so das ding soft aj ist mit am start grüße dich danke für den 64 monate resub meine deluxe edition wird vorerst auch erst morgen geliefert na geil das ist ja auch richtig scheiße so ist der gm modus online möglich ich glaube nicht zumindest habe ich nicht mitbekommen das ist ja irgendwie komisch weil da muss ja dein gegner den also da muss ja immer der gleich typ zur gleichen zeit online sein oder ist das nicht ein bisschen komisch habe eben lokalen spieler hinter kleinen laden meine deluxe edition abgeholt gerade installiert läuft welche edition hast du ich habe die 40 jahre das mann edition bekommen wird jetzt dukei 20 vorgezockt ja amazon kriegt es leider nicht gebacken deluxe voll will ich zum tag raus na gut und man auch gleich zum wrestling lover zum wrestling hater schade ja aber ja dann kannst muss halt morgen spielen so es ist wenn man älter wird dann ist man auch eigentlich gar nicht mehr so darauf dass man das alles jetzt sofort und das muss heute noch gespielt werden und so also zumindest fühle ich mich so ich bin gar nicht mehr so richtig gehypt auf irgendwas so werde ich zu alt langsam ich bin auf nichts mehr richtig gehypt ist das gut ist das schlecht ich weiß es nicht also weil sie nicht also gerade so auf videospiele das hat mich einfach gar nicht so der aktuelle bitcoin kurs der halb nicht mehr als alles was die letzten zehn jahren an spielen rausgekommen ist deswegen keine ahnung aber so kriegst ja ach so habe ich schon ja wir zocken das immer zu dritt über share play also djma aber dann ist doch dann geht es doch finde es geil dass viele superstars alternative klappern haben ja schau dass du keine großen zwischen nicht mal physische version raus bringt ach so es gibt keine physische version davon okay krass deswegen wäre der online und zeitgleich cool sieht man immer öfter was macht ja gut aber da musst du ja jedes mal warten also ich glaube dass es umsetzbar aber auch komisch weil du machst dann deine show drückt auf start und dann dauert das erst mal sieben tage dass dein kumpel mit dem du diesen modus zockst erst mal eine benachrichtigung kriegt hör dein gegner hat eine show gebuckt willst du nicht mal deine machen und dann könnte der seine bucken und dann drückt er auf start und dann wird es hinter den kulissen simuliert also der eigentliche gedanken was da eigentlich in dem modus passiert ist ja dann weg ist auch komisch ach ich weiß nicht weil du hast ja denn nur einen gegner mit dem du für immer dieses spiel spielt so weißt du also es ist sicherlich möglich aber ich glaube es ist komisch so nein deine edition ist nur digital ach so aber an sich gibt es schon noch physische kopien oder folgen freund ja okay dann starten wir durch ins game wenn ihr fragen probleme habt oder sowas dann haut gerne in den chat rein ich zeige euch mal eine sache die ich als problem habe weil die wirklich komisch ist vielleicht habt ihr die auch vielleicht habt ihr die nicht ich habe mich schon bei paraflo heute im stream gesehen der hat das problem nicht aber ich spiele ja auf der besseren konsole der xbox und da gibt es scheinbar ein bug zumindest bis heute morgen und zwar gehe ich auf den online modus so und zwar gehe ich auf den online modus auf meinen lieblingsreiter community inhalte dann auf downloads und dann passiert das hier das game kackt ab hat jemand die version für die xbox und bei dem ist das auch so das würde mich mal sehr interessieren weil das kann ja irgendwie nicht sein also auf der playstation neu laufen die community inhalte da gibt es auch schon jeff hardy und so weiter habe ich schon gesehen also die sind ja schon fleißig am hochladen aber auf der xbox funktioniert das irgendwie nicht zumindest habe ich es nicht hinbekommen oder was heißt ich kriege es nicht hin ich drücke drauf und das spiel kackt ab was soll ich da groß hinkriegen so wenn du dich im spiel gebaut hast teils zu denen ich möchte dann an der mittel arena bauen und da musst du dabei sein okay das ist schon mal nicht schlecht aber ich habe überlegt hast du spiel noch mal neu installiert manchmal ist auch der konsole ein datei fehler ich habe das spiel ehrlich zu sein schon noch mal neu installiert ja ich habe auch die xbox version die installiert noch ja okay dann werden wir es ja gleich rausfinden wenn wie es da official das ist das erste was du machst okay du guckst ob das bei dir auch der fehler ist muss noch bis freitag warten auf du gehörst du ja deswegen keine ahnung ansonsten installiert gerne auch noch mal aus spaß aber ja weiß ich nicht vor allem ist auf der xbox auch komisch es wurden bei mir die die wir also das spiel wurde zweimal runtergeladen das kann auch sein dass das auch so ist weil ich habe das spiel ja einmal für die xbox one und einmal für die xbox series x aber ich muss ich beide wer so das habe ich bei kackarot hier auch muss ich beide versionen des games auf meiner festplatte haben damit das spiel läuft oder nicht das verwirrt mich so weil wenn ich versuche das jetzt zu deinstallieren deinstalliert er mir auch alle dncs aber die will ich doch hier noch behalten what the fuck also das ist auch irgendwie komisch aber das hat nichts mit wwe zu tun das hat was mit der konsole zu tun wahrscheinlich aber ja ich spiele natürlich die x version und so ne musst du nicht nicht das jetzt wieder deinstallieren läuft das spiel wieder nicht ich habe es schon mal probiert naja also wir warten mal ab falls jemand den gleichen fehler hier hat schauen wir mal online option kann ich irgendwas einstellen hier automatisch vielleicht kann ich einen anderen server wählen oder wollen mal das versuchen ist ja cool dass man server wählen kann seit wann gibt es das eigentlich so warte wir versuchen es mal mit einem anderen server auch nicht also ist da irgendein bug die jetzt kannst du glaube ich noch mal separat auf der series noch mal neu runterladen ja ich das wird schon irgendwie gehen aber ich habe ich war mal wieder zu ich starte noch mal hier den chat im separaten fenster auf youtube weil manchmal wird mir nämlich nur der twitch chat angezeigt das wollen wir natürlich nicht das fenster und das haben wir da rein und dann machen wir so und dann läuft der laden dauert noch eine vollstunde ok kannst du die jetzt hieß doch noch mal ja ok so dann mache ich das mal hier größer damit das alte auge auch was sieht so das heißt hier wird wieder nur die dinge angezeigt schade so finde ich nichts genaueres dazu würde ich mal im chat nachfragen ach so wegen der resumine edition siehst du erholt aus wie machst du das nur ich sehe aus wie scheiße warum ist rick flair weiterhin nicht dabei weil der nature boy von dem ich übrigens heute nacht geträumt habe also da weiß ich das ist auch eine story also was war denn da los ich bin heute morgen aufgefacht und habe gedacht what the fuck ich war irgendwo in so einem nennen wir es mal aqua park und auf einmal sehe ich der nature boy rick flair so der war auch da und ich natürlich sofort hin und habe mich und er saß da und hat eine autogramm stunde gegeben und habe ich mich zu ihm gesetzt weil keiner von ihm autogramm wurde wahrscheinlich wusste keiner wer ist und ich setze mich jetzt zu ihm hin und habe so ein bisschen erzählt hier ne unlimited wrestling und so bla bla und so wie wärs denn mal ich hätte bock dich zu buchen und so dann könntest du halt bei der show irgendwie äh so keine ahnung host machen oder so für restival das wäre voll cool und da haben wir uns und er hat so richtig interessant ja das ist eine voll gute idee und so also wir haben richtig schön schnack gehalten heute nacht also rick flair und ich wir waren wir sind so hier ne wir sind so vielleicht hat er das gleiche geträumt und denkt sich so was war das denn für ein spaß einfach so ähm ich will mal mit ria und ihrer vegeta gear ist sie im game das wusste ich gar nicht wie viele spiele hast du zu hause keine ahnung weiß ich doch nicht ähm gleiche problem habe ich auch mit der series x ah ok also bad barrett äh bad news barrett hat das gleiche ähm auch gehört hab das gestern aus dem amerikanischen auch gehört mit der xbox ah ok gut na dann haben wir doch das problem gelöst kannst die one version eigentlich löschen weil du ja doppelt gehabt die dac version auch doppelt ok hm ok das war eine zukunftsvision kann sein grüße wie ist das spiel bisher bisher ist das spiel sehr gut ich habe heute ein video im upload das wird heute um 17 uhr kommen heute kommt ein video wo ich 15 minuten über das spiel rede also wenn ihr jetzt alle fragt hey martin wie findest du das spiel wie findest du dies und das und so weiter dann wartet mal ab um 17 uhr kommt dazu ein komplettes video meine meinung zum wwe 2k game ähm jo ok so wir starten mal durch wir zocken hier ein bisschen ähm habt ihr eine besondere matchpaarung im sinn die man mal machen kann deswegen ist die playstation besser wenn du meinst also ich habe beide konsolen und deswegen kann ich dir sagen unter voller überzeugung die xbox ist die bessere konsol nur weil es jetzt mal einen bug gibt ist das ja nichts ausschlaggebend ist wen würdest du am liebsten gegen gunter bei mania sehen mich aber um ehrlich zu sein ilia ilia dragunov das wäre geil ähm kody gegen roman the fiend gegen rollins onkel howdy gegen bray okay howdy dachte ich überhaupt muss german bell talk 1200 reser danke schön mein lieber bist du direkt von der seite gab es da nicht mal eine seite oder ein forum oder sowas irgendwie kommt mir das bekannt vor gib mal meine e-mail adresse ein ob ich da noch angemeldet bin titel gegen titel mit ja ähm ich wünschte erhöhen es hey martin ich wünschte erhöhen es ich weiß nicht was du meinst ähm ilia gegen jd mcdonald oh das klingt gut aber gunter habe ich auch noch nicht gespielt ich würde mal mit gunter anfangen aber gunter gegen jd können wir auf jeden Fall machen weil jd auf die fresse hauen das geht auf jeden Fall immer so na dann mal los na dann mal los pc ist das beste was es gibt ja pc ist für mich zum arbeiten nicht zum zocken das war schon immer so da 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 geht der einfach in den ring macht der nicht seine generalspose randy orton gegen logan paul bitte stimmt logan paul ist ja auch mit im spiel guck dir mal an wie fucking gut das aussieht guck dir das doch bitte mal an das ist doch krank ich finde mir geht wirklich einer ab irgendwie die charaktere sehen so fucking gut aus multiplattform zock ich auch auf der xbox ja ist so sieht es auch nach wie vor lazy okay nach wie vor lazy ne die die pose kam ja später ist alles gut die haben die titel auch echt gut hingekriegt dieses mal oder imperiums endschulds nicht gehabt ja ich habe jetzt nur ein also wenn ihr alle mit imperium rauskommen lässt dann wahrscheinlich schon ich verstehe aber irgendwie auch dass die nicht jedes jahr alle endschulds das neu machen weil letztendlich ist ja vom wrestler also von den wrestlern die entrants das sind ja immer gleich also das ist ja der gag daran als wrestler du machst dir auch gedanken nicht nur über deine gear über deine moves und so weiter und über deinen charakter sondern auch über deinen entrants dein entrants ist ja auch bestandteil von deinem ganzen gimmick das heißt der ist ja immer gleich also warum muss man jedes jahr irgendwie den entrants upgraden wenn der immer gleich ist so es ist ja eigentlich unnötig so das gute ist ja dass die immer gleich sind also nicht weiß ich ob es gut ist aber ich mache auch immer das gleiche ich komme auch immer raus mache meine pose auf der stage und dann komme ich runter schreibe ein bisschen rum klatsche ein paar leute ab rechts und links und dann schreibe ich so auf den april dann mache ich mein bein aufs unterste seil mache so eine rolle rein so eine drehung und dann mache ich wieder meine pose geht auf die ecke und mache Kuss 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 an euch alle die geilen Ficker also ich mache auch immer das gleiche das reicht auch wenn du das einmal abgecaptured hast das hat sich auch in den letzten zwei Jahren, drei Jahren nicht geändert Ey So, jetzt gibt es hier erstmal einen Overhand-Shop, Junge. Und einen Sidewalk-Slam. So, JD, das hast du jetzt davon. Wie findest du? Will the Thung. What? Ich weiß nicht, wovon du redest, Digga. Hoffentlich ist die Karriere besser als letztes Jahr. Keine Ahnung, habe ich letztes Jahr nicht gespielt, spiele ich dieses Jahr nicht. Nischt es hier, JD, Junge. An zu vergessen. Powerslam. Wunderbar. Und zack, Short am Klauseln. Deswegen war der Entrance von Chris Benoit eh der beste. Schnurstracks in den Ringen laufen, links-rechts gucken, Ring bereit machen. Und normales Ding. Naja, Benoit hat hier ein bisschen so gemacht. So ein bisschen wie Doug Williams. Und dann hat er am Seil noch gezogen. Ist bereit. Was ihr nicht gesehen habt, was Benoit gemacht hat. Der hat Backstage erstmal 5000 Squats gemacht. Also, äh, das ist ja auch mal. 500 Squats oder 5000? Ich glaube, es waren 5000. Und dann, wenn ihm das Match nicht gefallen hat, was er gemacht hat, dann ist er Backstage gegangen und hat sich zur Strafe, hat er nochmal 5000 Squats gemacht. Irgendwie sowas. Äh, das ist auch ein übelst harter Hund gewesen, ey. So, Backboot. Gestern Match von Madside, der war All Elite gesehen. Fand ich richtig geil. Der hat mehr drauf, als er uns in Thale gezeigt hat. Ja, das kann es schon sein. So, Backboot hier. Oh, halt. Was ein Exploder hier. Sieht aber echt gut aus. Die Grafika finde ich auch. Außer wenn er in Kanada war. Da hat er beide Arme stets hochgerissen. Den Gag, den ich nicht verstehe. So, hier, schön, Yurinagi, Alter. Sollte das eine Standing Spanish Fly werden, Digga? Was war denn da los? Ich würde mal sagen, nein. Hier. Bam, Junge. Äh, pfefferne Clothesline. Gunter auch, wenn der jetzt eine Clothesline als Signature macht. Guck mal, der hat vier Signature Moves. Und drei, vier Finisher, Alter. Wie geil. Das ist voll nice, einfach. Diving Body Splash, Crossline. Auch geil. Real Naked Choke, zwei und drei. Hinter dem Gegner und liegend. Alter, das ist so cool. Ähm. Powerbomb 10. Okay, passt. Emerald Flosion. Hat er nach seinem Lieblings-YouTuber, äh, Parafloat natürlich. Binde. What the fuck? Das hatte ich noch nicht. Judgment Day. Oder auch nicht. Wer ist es? Wer ist es? Wer macht hier denn safe für JD? Oh, mit dem Stuhl, Junge! Das ist eine Macke! Finn Balor ist da. Haut hier gut noch einen Stuhl in die Schnauze. Das gibt's da noch nicht. Das ist nicht frech. Das ist frech! Nischt ist. Das war der erste Move, den ich abgekommen habe. Das ist ein Frech-Dachs. Das hast du davon. Du und dein Freund. Ich kann doch vergessen hier. Hier, das kriegt er erst mal. Das kriegt er ab. Bam! Powerbomb, Junge. So, tschüss. Sehr gut. Nischt gebracht. Ein Stuhl in die Fresse. Bringt nix. Gunter ist zu krass. Ich bin eigentlich nur gehypt auf 40 Jahre Resumea von Brick White. Deswegen habe ich mich auch vorgestellt. Hat jeder Superstar einen Superfinisher? Ich glaube, hat jeder Superstar einen Superfinisher? Auf jeden Fall super viele Superfinisher. Wie geil ist das denn? Vier Signature auf 5. Ja, voll gut. Und da. Nice. Sehr feiny. Sehr, sehr feiny. So. Okay. Ich kann jetzt Gunter gegenfinden bei aller. Ich habe gerade die Lux Edition geholt. Sehr gut. Kann man eigentlich. Oh, man kann Zufall machen. Auch nicht. Warte, ich will nochmal kurz gucken, ob es in. Ne, im Performance Center gibt es echt keine Entrance. Schade. Mir fällt gerade ein, weil ich merke gerade so ein kleines Hüngerchen. Oh ja, hä, wieso hast du jetzt Hunger? Ja, weil du halt vielleicht noch ein Stehen hast, du voll Idiot. Und manchmal bin ich echt dumm. Oh, manchmal bin ich echt dumm. So, dann schauen wir mal. Ähm. Habt ihr Wünsche? Finn Balor. Finn Balor. Dann machen wir das. Finn Balor gegen Gunter. So. So. Das wird's doch. Komm hier auf den GM-Modus, ja. Also hab ich auch nie wirklich viel gespielt. Hab aber mal reingeguckt, ein paar Mal gemacht. Geht auch klar. Bäm, 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 bäm. Außer Sven Brock mit dem Ganzen nichts zu tun hat, wird er wieder hinzugefügt. Also, ja, würde er. Aber das recht unrealistisch, dass er damit nichts zu tun hat. Die Frage, die ja geklärt werden muss bei diesen ganzen Anschuldigungen ist. Wollte sie das? Das ist ja eigentlich die Frage. Weil Vince McMahon, böser, perverser Mann. Brock Lesnar, böser, perverser Mann. Aber wenn sie das wollte, ist keiner pervers und böse. So, das ist halt das Ding. Und sie wollte ja auch Geld dafür haben. Also, irgendwo, die Wahrheit liegt in der Mitte. Hier ist ja erst aufgefallen, dass das ja gar nicht mehr so schön ist, als Vince McMahon den Geldhahn zugedreht hat. Wie gesagt, die Wahrheit liegt in der Mitte. So, den haben wir jetzt gerade schon gesehen. Den wollen wir, können wir mal skippen hier. Habe auch den Abschluss in Community Curations, weil letztes Jahr bei der Türkei auch schon so. Ah, okay. Na gut, dann wird es ja irgendwann hoffentlich gefixt. Ich brauche die Community Curations. Ich liebe das. Das ist der Hauptpart des Spiels. So. Nix ist. Zack. Und Double Full Storm. Bam. Wunderbar. Na, was Männer viel zu schnell so richtig bösartig bei so einer Anschuldigung abgestempelt werden. Ja, das ist halt so. Auf Männer ist es heutzutage halt einfach kein Wert zu geben. Das ist halt traurig. Aber es gab halt in Vergangenheit auch schon viele Fälle, wo es halt wirklich auch gestimmt hat. Und da muss man halt sagen, ja, okay. Wenn es stimmt, dann kann er auch in der Hölle schmuren. Aber in den letzten Jahren gab es halt auch super viele Fälle, wo es halt nicht gestimmt hat. Das ist dann halt Blade. Und deswegen hat man so ein bisschen das im Kopf, denkt man sich manchmal, naja, wer weiß, ob da was dran ist. Weil wir halt einfach zu viele Falschanschuldigungen in den letzten Jahren hatten. Ich meine, wer will den Fluch der Karibik noch gucken ohne Johnny Depp? Keine Sau. Und was hat er gemacht? Nicht. Die falsche Frau ausgewählt wahrscheinlich. Martin, kann man da jetzt eigentlich die Kamera drehen? Ja, kann man. Ja, kann man machen. Ups. Ups. Hier kann man die Kamera drehen. Oh nein, er hat mit sich schon geführt, Leute. Nein. Ich finde auch, die Kamera hat was. Jetzt gibt es den Sling Blade. Doch nicht. Jetzt gibt es einen. Aber ich finde die nice. Auch eine coole... Habe ich in meinem Video gar nicht drüber gesprochen, über die Kamera. Aber auch das ist cool. Man kann die auch als Hauptkamera so anwählen, dass das Spiel immer so lädt, dass man das nicht im Match umstellen muss. Kann man auch machen. Das Spiel auch für PS4 hier in Bischofswehr bei Expat gibt es das nicht. Gibt es das Spiel für PS4? Eigentlich schon, oder? Es kommen doch alle Spiele noch für PS4 raus. Aber da... Weiß ich nicht. Oh, 1916! Es gibt einen Grund, warum es Gerüchte gibt. Ja, genau. Irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Da wird schon was dran sein. Aber das liegt nicht an uns, das rauszufinden. Es liegt an mir, darüber zu berichten. Oh, Finschall kommt dort. Oh, Pilekig! Oh, nice! Hurra! Hurra! So, komm, Stierf! Wunderschön! 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 Springboard! Ah, fuck! Hauptsache erstmal Cover mir. Wie lange dauert es noch, bis das Ganze geprüft wird? Ist nicht die Frau tot, um was es da geht? Nein, die Frau ist nicht tot, um die es da geht. Die, die die Anzeige gemacht hat, ist nicht tot. Au! Hast du Special Gris Referee schon gespielt? Ja, habe ich. Ah, da habe ich auch in meinem Video nicht drüber gesprochen. Ah, fuck, ich hätte doch, ich hätte mir doch Notizen machen sollen, Scheiße. Ich habe einmal Freestyle über das Spiel gesprochen. Aber ja, Special Ref ist auch übelst gut. Aber du musst halt beim Special Ref, musst du halt wirklich auch reffen. Also, wer hätte das gedacht? Aber es ist halt echt so. Du kannst dich die ganze Zeit einfach auf den Leuten drauf einprügeln und das war's. Sondern du musst schon wirklich auch reffen. Sonst wirst du ersetzt einfach. Oh, fuck. 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 Power Bomb. Ach, das machen wir noch ganz einfach hier. Harvey Bock, du musst sehen realistisch aus, top. Ja, finde ich auch, sieht alles gut aus. Auf die Recycrate aufmerksam, warum lohnt sich sowas? Ähm, ja, also ich kriege es ja umsonst. Deswegen lohnt sich das für mich auf jeden Fall. Aber, äh, ich weiß nicht, wie teuer die aktuell ist. Müssen wir mal in den Chat fragen. Aber ich habe jetzt auch schon zwei hier stehen und habe beide noch nicht ausgepackt. Also, ich, ja, müsste das auch mal wieder machen. Aber ich mache halt, ich mache schon jeden Tag ein Video. Was soll ich noch machen? So, das ist halt immer das Problem. Kannst du denn nicht ersetzen? Ja, ich weiß, das kann man ausmachen, aber will ja keiner. Was hat denn Finn Bärler für Signature? Shotgun Dropkick in der Ecke und den DDT. Aber das hat er vorher, glaube ich, auch schon gehabt. So, zack. Und los geht's. Und bam. So, 3-Bau jetzt. Das war's. Und Kudegra. Das war's. Eins, zwei. Oh, wa. Nicht halt ernst. Ich finde, bei allen Vorwürfen sollte man die Opfer ernst nehmen und ihnen zuhören. Helfen. Aber dann beschuldigt nicht vorurteilen. Leider denkt das Internet immer, dass man entweder canceln muss oder den Opfer Lügen unterstellt. Ja, irgendwas ist immer. Das ist korrekt. Weil sowas halt immer auch vorverurteilt wird. Also alles in beide Richtungen. Das ist halt sinnlos. Lass doch die, lasst doch die, äh, die Richter ihren Job machen und dann sehen wir noch, was bei rauskommt. Können wir mit Giovanni Vinci und Ludwig Kaiser kommen gleich mal. Welches Game? BWE 2K 24 ist das Game. Mach mal das durch die Barrikade. Habt ihr es nie hinbekommen in 23. Ähm. Ist das nicht so, dass das nur manche können mit den Barrikaden Spear wie Reigns und so? Wie viele Resumea-Arenen gibt's denn? Boah, super viele. Aber die musste alle über den Modus erst freischalten, deswegen keine Ahnung. Hab ich noch nicht gemacht. Aber hier nochmal ein Coup de Gras mach ich. Und das war's. Nice. Das fällt gerade ein, dass ich heute noch gar nicht auf WhatsApp geguckt habe. Ist ja auch schön. So. Sprachnachricht. There are not many men on earth who can say they took down Gunther. In off'タite gibt ja auch hier. Wir haben jetzt weiter die Wandern 끝. You're unmöglich, meaning sie mit mir rückschern. Und die Wandern things on thred, ist das nicht so. Aber das bleibt dir daily. Aw you auf bühlt improvements. So viel Kraft SP quad Merk cosplay. Wir haben von dir Port Sauk Legends. Wir haben�. Wollt nicht glücklich COL pass Tampa da. Und ein bisチ gör. Bleib driving customs Met Machij. Mein Geheimfekt突 Bloodście. Unternehmen auf demnculos rein Mag tratar再见. gerade ein video von dir gesehen ach so das sehr gut das hast du gut gemacht ich hoffe es war ein schönes video ich hoffe du hast geliked und geteilt und kommentar geschrieben manche befreit mit schnitzel ich auch noch nie macht so ein armer tag die mensch was ist man ja nacht die wrestlemania tag an sich von hier ist man ja 31 glaube ich diese richtig cool vom licht aussehen habe ich auch schon gehört aber dann muss ich auch aus der showcase machen Scheiße und so dann machen wir mal den guten Ludwig Kaiser die ganzen Namen und nicht den anderen Giovanni Wien so Super H08 auch schön ah mit langen Haaren auch cool ah Tyler Bate and Pete Dunne oder das muss ich mir auch noch meinen dass der hier anders heißt der heißt hier schade dass man das nicht ändern kann vielleicht ein Butch hat eine 75 und Tyler Bate 76 das macht er überhaupt kein Sinn naja ich finde die Kamera auch irgendwie besser ja hat auch was ich finde die auch cool könnte es hier einen Tag-Nacht-Wechsel geben würde wäre eigentlich nice aber es gibt verschiedene Arenen mit verschiedenen Lichtern quasi in den Tageszeiten die Matte ist heilig die Latte ist eilig würde ich sagen weiß jemand ob man in dem Spiel die Tag Team Gürtel separat wechseln kann oder nur zusammen ne kannst du separat wechseln es gibt zwei also es gibt Smackdown und War Room Tag Team Titel kannst du beide separat machen Giovanni Wien Ludwig Kaiser wie schmeckt der pinke Red Bull gut der ist halt zuckerfrei und der Red Bull zuckerfrei schmeckt scheiße der pinke schmeckt gut kann ich eigentlich mal meine weibliche Seite rauslassen im Tag-Match nicht vergessen LB gedrückt halten und Steuerkreuz in eine Richtung gedrücken ja genau habe ich auch schon mitbekommen aber das ist cool dass das geht wie bekomme ich die Arenen ähm na generell kannst du halt super viel einfach über den Shop freischalten der auf der der im Menü zu finden ist ähm und ansonsten halt einfach freischalten über den Story Modus oder über den WrestleMania Modus Showcase heißt der die Zuschauer sehen auch mehr als mehr aus als sonst kommt mir so vor dass die Halle größer wirkt ich glaube nicht also ich glaube die Hallengröße ist gleich ist Steuerung einfach also sie ist so einfach dass man die auf jeden Fall also man kann machen oh geil voll gut ähm also sie ist so einfach du kriegst irgendwie was auf die Reihe so an sich ist es schon einfach aber wenn du so spezielle Sachen machen willst dann ist es teilweise schon ein bisschen komplizierter aber du kannst auf jeden Fall das Spiel spielen mit der Steuerung die du die ist einfach aber so Kleinigkeiten so weißt du wie dive ich übers oberste Seil nach draußen wie renne ich aufs Seil zu slide aber nur unten raus und sowas das sind ja wieder so ein paar Sachen ne oder wie mache ich einen Rückwärtsdive von der Ecke aus da hatte ich gestern selbst Probleme einfach es gibt schon so kleine Kniffe die sind schon ein bisschen spezieller bist du bei Bash in Berlin aktuell nicht aktuell habe ich keine Tickets das neue Universum spiele eigentlich zu 80% nur das in der Kauf soll sich ja lohnen boah äh Universe Modus habe ich auch letztes Jahr so gut wie gar nicht gespielt deswegen kann ich nicht sagen was neu ist ich glaube aber es ist nichts neu außer dass es halt genauso gut ist wie letztes Jahr also die werden wahrscheinlich auch wieder ein paar neue Cutscenes haben und so aber keine Ahnung also ich habe jetzt keine Liste darüber welche Cutscenes neu sind oder wie viele oder so das hat sich zum letzten Jahr verändert dazu habe ich ähm gerade ein Video hochgeladen ich weiß nicht ob das jetzt schon online ist oder erst um 17 Uhr kommt aber dazu kommt heute ein Video zu allem allem was du wissen musst ok das Video ist geplant hoffe ein Patch kommt noch mit Peter ja das wird auf jeden Fall kommen das ist ja easy also die Namen zu ändern das sollte ja für TK gar kein Problem sein ich würde sagen Steuerung ist anspruchsvoll der gewisse Kombi ist einiges abverlangen konnte er so eine ja das schon halt so ein bisschen das ist ja immer das wenn ihr Casual spielt und so ein bisschen euch kloppt und sowas ein paar Moves kriegt man auch so hin wenn man keine Ahnung von der Steuerung hat aber Feinheiten das wird dann schon ein bisschen schwieriger ist die WrestleMania 40 original im Spiel wenn du die 40 Jahre WrestleMania Edition gekauft hast ja so Tag Team Action mach mal Ambulance mit ja können wir gleich mal Enzuigiri so schön erstmal auf den Arm gehen wie sich das gerührt oh ausgerollt guck mal Peter kam jetzt einfach mal um den Safe zu machen er hatte Angst um seinen Kollegen Mensch keine Sorge alle sind im Rhein hier schönes Ding oh fuck hat sich Julia Ripley optisch sehr verändert also im Vergleich zu 2K23 sie hat sich ja während 2K23 optisch schon verändert also ja bisschen also so Haare anders und sowas aber ja ja aber auch nicht so komplett ist ja keine andere Person weil er jetzt nicht ein neues Gesicht gekriegt what the fuck oh ich hab einen Bug gefunden oh so hat er seinen Town was ist sein Town das hier den den hat er auch äh der ist einfach zu krass oh German Suplex so oh nope ah schade nein ach sein 9 Town ah macht er das überhaupt noch das hat er auch mal bei NXT gemacht guck mal wir werden jetzt Hot-Tag-Möglichkeiten das krieg ich hin zack und Snap mehr und bam wunderschönes Ding Soccer Kick so kann man Tag Team Finish machen Tag Team Finisher oh sehr nice oh nice wundervoll eins oh guck mal oh fuck ich hab gedacht Ludwig Kaiser holt sich jetzt ein Teil der Welt dass das vom Dings her ganz cool ist Kamerasicht wieder geändert dachte es wäre neu bei den Kommentatoren du kannst das ändern wie du willst du kannst es immer anpassen also das ist deine Entscheidung ich bleib lieber hierbei ich will es halt einfach immer so realistisch wie möglich haben sehr schön ist die gut oder weniger das ist deine Meinung also es ist deutlich besser als 2K23 Punkt aus Ende also es ist viel besser als der letzte Teil alle Fehler die der letzte Teil hatte haben sie hier geändert haben sie hier besser gemacht also wenn ihr den letzten Teil habt müsst ihr euch den auch gucken ich glaubst du Orton kämpft Rumänien um den Titel ne in welchen denn ha nix da hier kein Hot Tag für euch oh nein oh was und jetzt zum Tag oh das wäre krass gewesen welcher Teil von 2K23 war für dich das schlechteste boah keine Ahnung ich habe immer keine Erinnerung mehr daran ich weiß dass der 19er Teil der beste war aber vielleicht ist ja auch der 24er jetzt besser zumindest hat er gut Potenzial so guck mal der krabbelt der krabbelt der Hot Tag scheiße lass das nicht zu schön Surrounder wundervoll guck mal hier gleich erstmal drauf gehen von der Steuerung anders als die vorherigen Teile nein es sind einfach nur ein paar mehr krassere Moves mit A jetzt möglich das ist das einzige was so aufgefallen ist oh wundervoll ne also wenn ich jetzt A in irgendeine Richtung mache dann kommt halt irgendwie ein größerer Move ein längerer Move als früher so irgendwie ist das halt ich finde das ist irgendwie anders weil sonst hat er ja mit A auch bloß geschlagen getreten oder so oder sowas Discus Closeline mit A einfach so deswegen sag ich ja mal kriegt das auch schon hin einigermaßen das Spiel zu spielen ohne die ganzen Special Sachen hinzukriegen so so Silldowns Bowbomb eins schade Giovanni Venti spielt sich auch cool finde ich ist genau dein Lieblingswrestler ja natürlich 120 Euro ausgegeben für 2k24 vor ja wird auf jeden Fall dir Spaß machen achso weil Logan ja US-Titel könnte man machen ja oh ne der haut nicht ab bam Junge Froggy schön auf dem Rücken so gefällt mir das kann man mal pin was macht ein Kaiser eigentlich so drüber und guckt in der und das war's schon nice warum hat ein Kaiser jetzt einfach so dumm einen Pitanten das der hat auch nie gemacht ey guck mich an guck mich an wenn ich mit dir rede Trooper 3 mit Logan Paul äh ja das können wir machen können heute alle spielen ne nur die Deluxe Edition Leute würdest du sagen dass sich WWE seit 2k20 jedes Jahr verbessert hat der 2k20 war ja der absolute Abschaum das war das Schlechteste von 2k also ja natürlich aber das hätten sie auch gemacht wenn sie mir eine zerbrochene Disc geschickt hätten dann wäre es auch schon besser als 2k20 also von daher so Triple Trata streamen du jetzt mal mit der Lennermatch Tablesmatch auch witzig ach wir machen einfach klassisch so was war gerade die Frage ach ja Logan Paul aber ich nehme mal selbst Logan Paul und ja Rob Van Damme geht immer einfach und Scripts habe ich noch nicht gesehen in dem Spiel ach ich will mal den Engines von Robert Root hören ja Driller sind fiend mit Kane er hat zwar noch L.A. Knight ja nur noch reinmachen können der demaskierte Kane ist immer noch das Rentnergesicht okay immer den Gegner von Reim geschlagen bei Tag Team Matches ja kann man ja auch machen aber das ist mir halt zu dumm jetzt kannst du aber auch deinem Tag Team Partner sagen jo geh mal rüber hau den mal runter ist halt auch cool oder halt irgendwann ist der andere so fertig dass er auch nicht mehr eingreift auch gut Andrews ist viel realistischer als bei Vorgängern ja die Andrews sind schon alle gut aber die die gut waren die sind auch immer noch gut also das hat sich auch nicht erinnert in welcher Welt hätte ein Logan eine 90 ja scheiß drauf ist Logan Paul echt gut Mucke einfach Mucke schon lohnt sich dat oder ist viel mehr ein jährliches Update es ist ein jährliches Update was sich lohnt es ist ein gutes jährliches Update also es ist nicht nur neue Wrestler drin sondern alles alles was im letzten Teil scheiße war ist hier besser Logan hat den Influencer Buff ja und die Influencer sind die besten Wrestler du siehst es doch spielst du auch MyGM ah ne denk ich nicht ne die machen ich bin immer so ich zock die Wrestling Spiele nicht für diese ganze Kacke nebenbei sondern einfach ich will nur Wrestling Matches machen ich will einfach nur einfach nur Wrestling weißt du ich juck das nicht ob da irgendwelche krassen Supermodis drin sind und hier den den krassen Showcase Modus und so den werde ich spielen damit ich die ganzen WrestleMania Arenen habe aber auch nur weil ich es muss so wenn ich es einfach auf einmal freischalten könnte wäre es für mich lieber oh guck mal der sieht auch so gut aus und der ist nicht mal mehr aktiv guck mal das sieht Hammer aus voll gut für jemanden der nicht mehr aktiv ist sich so viel Mühe gegeben aber das ist schon nice ich hoffe der kommt zu Wrestling Media wieder wir brauchen Bobby Root oder schick den zu NXT von mir das ist mir auch scheißegal der ist ein aktueller Lieblingswrestler immer noch Eddie hast du Wargames Match schon gezockt nö aber das ist auch so ein Ding das juckt mich auch nicht so hardcore sieht aus wie du der sieht aus wie ich von den Apps vielleicht mir und mir geht es wie immer großartig glorious könnte man sagen kann ich mal einen Regenrichter machen ja können wir machen mal ein bisschen die Uhrzeit im Auge behalten 16.11 weil ich muss noch duschen und ich muss noch zum MMA Training heute und was essen das heißt so gegen 17 Uhr muss ich eigentlich aufhören so, ja klappt euch mal ha big boot oh danke Flipp schön ja ich hab den GM Modus schon getestet aber da ist nicht viel Neues also wahrscheinlich schon aber in so kleinen Kleinigkeiten dass ich das nicht mitkriege ich hab den ja nie gespielt ich hab letztes Jahr auch bloß angezockt und nicht gespielt oh jetzt kommt er geflogen ooooooooh oh der ist zornig der ist zornig Robert Root weiß nicht was er machen soll er sieht seinen Gegner aber oh Susan Dive this is awesome jetzt schon oh Double Dropkick zack ja fand in der Bande Junge Bats in der Fresse und zu das ist zornig oh shit scheiße Priestwood World Champion ne denk ich nicht Nein, der macht mal euren Cut da. Oh, ah, und das auch noch außerhalb des Rings, das ist ja ekelhaft. Oh fuck, ich wollte jetzt eigentlich diesen... Das sind zum Beispiel so Sachen. Wenn der Gegner steht, wie kriege ich das hin, dass ich da ins Seil laufe und auch mal ein Springboard zurück mache und so, das sind so Kleinigkeiten. Das ist ein bisschen tricky manchmal. Oh, schon mal... Und dass die Refs auch echte Refs sind, das ist auch cool. Ich könnte noch einen zweiten Teil machen zu dem Video von heute. Guck mal, ich habe den zwischendurch noch gehauen während der laufenden Attacke. Das hat sogar funktioniert. Cool. Oh, ah, wie geblutet. Jetzt aber. Oh, 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 oh. Bang, Junge. Big Rodent. Ich soll mal wieder die Kammer umstellen hier, wenn ihr Spaß daran habt. Robert Root will immer sich prügeln einfach. Es ist einfach cool, dass es Kenny Omega Einzugsbewegungen gibt. Und die gab es auch letztes Jahr schon. Ich habe ein Thumb geschenkt bekommen und es komplett verpeilt und deine Streams immer verpasst. Oder entweder kurz vor Ende erst eingeschaltet. Auch krass. Aber du hast ja von dem Sub geschenkt bekommen. Hast du ja noch viel mehr, weil ich ja auf Twitch auch meine ganzen Reviews zu den wöchentlichen Shows wie Raw, Smackdown und so weiter. Auch immer noch auf Twitch hochlade und die kann man dann nämlich sehen, wenn man Abonnent ist. Also da hast du auch mehr Videos im Gegenzug. Nicht nur Streams. Weil ich streame jetzt eh nicht mehr so krass oft. Ähm, nur noch wenn es irgendwas Schönes gibt. Also Streams sind immer noch etwas Besonderes. Ups. Muss ich mal gucken, wie man hier die Buckshot Lariat setzt. Sagst du dir zu, dass Bray Wyatt, einer der kreativsten Wrestler of all time, of all time, is. Ja, das ist völlig korrekt, ja. Da kann man nichts dazu falsch sehen. Achso, das Sub-Gift ist vor ein paar Tagen ausgelaufen. Ja, das ist manchmal so. Immer wenn ich bei Subscription reingucke, bei mir, dann steht da auch manchmal irgendein Sub von dem Kanal, den ich überhaupt nicht kenne. Weil dann haben das irgendwelche Zuschauer von mir gemacht, die es halt lustig finden. Ist ja auch lustig. Bam! Superman-Vorarm hier einfach. So, jetzt muss ich mal gucken. Also, Slingshot Lariat 2. Stehen vor Gegner. Also muss ich hinter dem Dings zum Beispiel stehen. So, das sind zum Beispiel schon mal so Sachen. Da muss man halt auch wissen, wie man das macht. So, jetzt. Hier, Signature. Oh! Okay, er macht den Foxplash. Warum auch immer. Ist das Signature gewesen? Ja. Hä, warum? Springboard Foxplash. Ah, okay. Ich nehme alles zurück. Aber wie kriege ich das denn hin mit dem... Alter, okay. Also, Logan Pauls, beide Signature sind über das Springboard-Ding. Das ist natürlich tricky. Weil du musst das ja immer so aufbauen. Aber gut, funktioniert. Das ist die Hauptsache. Hvidi, was war denn das jetzt für eine Aktion? So, Knockout-Punch für den Ersten. So, pass auf, wie ich jetzt hier gewinne, einfach. Und... Bam! Knockout-Punch für den Zweiten. So! Easy nach Hause gefahren hier. Logan Paul, einfach der Beste. Aber okay. Da musst du also immer hinten gehen. Wenn der Typ steht, dann kannst du die Buckshot-Lary machen. Cool. Hast du schon einen W? Hast du schon einen weiblichen... ...Pronomen? Und dann überlegen, mir in die WrestleMania-Edition zu holen. Ja, wenn du Bock drauf hast, auf diese ganzen WrestleMania-Modis und so... Also, auf die ganzen Arenen und so, die... Ja, ich glaube, die sind auch so drin, oder? Aber die WrestleMania 40-Arena ist nicht drin. Hat er ein Update? Jetzt stürzen die Community-Ingerations nicht ab. Jetzt läuft's bei meiner Vision. Ah, geil! Gut, dass du mir das sagst. Nice. Süsst du, hat 2K gleich gepatcht. Die haben's drauf, die Jungs! So, warte, jetzt muss ich erstmal das Spiel schließen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier ein Update ziehen. Gucke, Update 1 von Starfield. What the fuck! Okay, das war nicht Planen des Ganzen. Aber es gibt auch keine anderen Updates. Ich hab' nur ein Starfield-Update. Bringt das auch was? Hilft das? Stürzt jetzt mein 2K nicht mehr ab? Hm. Wieso hast du ein Update und ich nicht? Oder wurde das schon installiert, oder dass ich es mitbekommen habe? Oh, jetzt hab' ich die falsche Version noch nicht gemacht. Ach, das Quick Resume-Ding, das sich auch für scheiße ist. Das bringt ja auch gar nichts. So, naja, wir gucken mal. Kann man wissen, wie in der 41 Arena hat man Season Pass. Ja, ähm, der Season Pass mit Punk und so weiter ist schon ganz cool eigentlich. Also, ja, warum nicht? Wenn du dir die DLC sowieso geholt hättest, dann Feuer frei. So, geil, jetzt stürzen die Community-Creations nicht mehr ab. Oh, da geht mir jetzt schon einer ab. Mal gucken. Doch! Hey, ich will auch ein Update haben! Hä? Wie geht das denn jetzt? Wieso hast du ein Update und ich nicht? Kann ja nicht sein. Gerade läuft's bei meiner Version. Das ist unfair. Okay, das ist unfair. Ich beschwere mich. Offiziell. Kann man jetzt Season Pass auch separat kaufen? Ja, klar kann man das. Hm. Wie geht das jetzt? Wie finde ich das jetzt raus? Ich mach mal, ich hau mal die Konsole nochmal komplett neu an. Das ist doch unfair. Die Updated Kenny Omega Einzug Version heißt The Cleaner. Ja, logisch. Ich warte jetzt erst, bis Starfighter aktualisiert ist und dann mach ich mal einen Neustart von der Konsole. Und dann gucken wir mal. Gucken wir mal, was es bringt. Ja, da ist für sich auch Resumania. Neue Spiele. Das hier wollte ich eigentlich auch nochmal zocken. Cyberpunk wollte ich eigentlich auch nochmal zocken. Aber ich hab leider keine Zeit für so einen Scheiß. So, jetzt kommt der Chefin. Was installiert denn da so lange? Fertig werden hier. Wir neu starten. Danke. Konsole neu starten. Schauen wir mal. Wenn du einem kam, das Update nur auf der... Ne, er hat ja auch die Xbox. Weil auf der Xbox gibt es nämlich gerade einen Bug, dass du nicht in die Community Creations reinkommst. Und er ist an der Xbox und hat jetzt ein Update. Also das ist jetzt gleiche Ausgangssituation. Brave wäre mit dem Charakter eine gute Champion. Brave wäre immer guter Champion. Mich interessiert nur der 5. Die ist mit Lex Luger, DDP und Mr. Perfect. Hallo Baby, willst du Hallo sagen? Ne. Auf gar keinen Fall. Du musst fragen, wie viel donated wurde. Und dann kannst du sagen, ob du Hallo sagen möchtest. So. Updates. Hm. Hm. Aber hast du denn... Steht jetzt bei dir Version 1.0.0.3? Dann? Und bei mir steht ja jetzt noch Version 0.2. Hier. 1.0.2. Hast du denn die Version 1.0.3? Nein, 1.02. Hä? Okay, also es ist kein wirkliches Update-Update. Ne, kackt weiterhin ab. Hä? Ich mach mal die Version für die Xbox One an. Es ist ja eigentlich das gleiche Spiel. Okay, gleiche Daten, theoretisch. Gucken, ob es da geht. Also gleiche Speicherdaten, theoretisch. Gucken, jetzt bin ich gespannt. Ne, geht auch nicht. Das wäre auch komisch gewesen, aber ja. Okay. Na gut. Ja, mal gucken. Ja, das ist halt immer so Day-One-Kram. Das ist halt immer so. Also, welches Spiel kommt raus und funktioniert einfach. Gibt immer den Day-One-Patch. Das ist jetzt halt auch so. Na gut. Dann machen wir noch ein Special-Riff-Match, was ich riffen werde. Und zwar mit Eddie. Einfach, weil es geil ist. Mit Old-School-Eddie? Ja, Old-School-Eddie. Achso, ne, warte mal. Ich bin im falschen Match. Okay. Special Guest-Riff-Riff-Riff-R So, Cain. Ja, Cain 08. Cain finde ich aber auch gut. Kann man sich mal geben. Oh, sweet. Kofi. Kofi will ich auch noch mal zocken. Ja, Dexter Lumis ist auch witzig. Ähm, ja, dann los. Schnell, einen schönen Tag. Bianca, die auch. Den Screenshot machen und share dir den mal. Naja, ich glaube dir das schon, dass du das hast. Aber, ja, keine Ahnung. Wird schon noch nachgepatcht. Ich bin da nicht so, dass ich jetzt... Das muss... Echt, so, was kann mich nicht mehr... So, was kann mich nicht mehr aufregen. So, einfach. So, ist schade, aber es ist auch kein Weltuntergang, dass das noch nicht bei mir funktioniert. Ich weiß ja, dass es funktionieren wird. Gut schon. Goldberg ist nicht im Spiel, oder? Ich glaube nicht. Oder? Hast du auf Xbox eine Nachricht? Digga, das habe ich noch nie bekommen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Chat? Chat-Anfragen. Da. Anlage. Screenshot. Ja. Wie gesagt, ich glaube es dir auch. Aber da ist ja noch gar nichts drin. Obwohl 747 Seiten schon mit Material, das hochgeladen wurde. What the fuck? Das Spiel ist erst seit ein paar Stunden draus. Ja, okay. Gut. Ja, ja, ich habe die auch. Bei mir spielt das Spiel auch da ab. Das ist ein Bug. So. Wieso kann ich das Spiel auf der PS5 erst am Freitag spielen? Weil du diese Standardversion hast. Er sieht auch gut aus, finde ich. Was gibt es denn daran zu meckern? Schade, wegen Brock hätte ich ihn gerne gespielt. Schon seit Jahren Brock-Fan. Ja, vielleicht wird er ja nochmal nachgepatcht. Goldberg ist nicht dabei, okay. Dexter Lumis Engines. Dexter Lumis should be an Asylum, not an Arena. Und seine Opponenten, von Recluse, Wyoming, weighing in at 230 pounds. Kannst du mal ein Karrierematch machen? Äh, dann... Du musst doch im Karrieremodus erstmal einen Wrestler erstellen. Oder nicht? Oder kann man mit irgendeinem bestehenden Wrestler die Karriere durchspielen? Ja, Showcase werde ich durchspielen, damit ich die ganzen Arenen habe, ja. Ich habe gestern schon angefangen damit. Ich habe gestern schon angefangen damit, dass das passieren wird. Hat was. Auch lange bin ich mit TV gewesen. Keine Ahnung, was ich mit dir machen soll. Ja, ich habe keinen Plan. Wie so häufig. Plötzlich zwei Refs. Ich glaube, aber das soll so sein. Du kannst auch hier zwei Refs haben. Weil Special Ref und so, wenn ein Ref kommt, um das Ganze zu unterbinden, was du für Scheiße baust, kann das sein. So, also. Special Ref. Und ich reffe jetzt aber auch richtig. Weil du musst halt wirklich auch schon, kannst es ausschalten, aber du solltest halt als Special Ref wirklich auch reffen. So, da musst du schon was machen. Besser ist das schon, Michael. Ja, kann man nicht widersprechen groß. So, hier, zack. Road Break. Schlechter Road Break-Ausruf. Sorry. Ich habe gedacht, das war ein Seil. So, Cover. One. Two. So, da kommt nochmal ein Pin. Zack. One. Oh. Ich gebe mein Bestes hier. Ich gebe mein Bestes. Aber ich finde das auch cool, dass man halt auch normal reffen kann. So sollst du ja auch. Ist ja auch gut. Dann hat der Modus ja auch irgendeinen Sinn. Jetzt, wenn du die ganze Zeit nur Scheiße machst. So, hier. One. Two. Oh. Kick out. Denkst du, Cody wird bei WrestleMania gewinnen? Neuer Champion. Ja. So. Big Boot, Alter. Oh, hart. Ist ja halbtot, der Junge. Sei vorsichtig hier. Seid mir auch vorsichtig, was ihr hier macht. reiß ich ja zusammen. Ah, Kane ist zu mächtig. Und bang. Ja, du kannst auch immer mal die Leute volllabern und so weiter. Das geht halt auch. Und du kannst halt auch wechseln, dass du halt auch wirklich mitmachen kannst. Aber das sollte man sich halt wirklich überlegen. So, hier. Jetzt der draußen. Jetzt kann ich hier ihn warnen. Ey, bewegt dein Arsch hier rein, du Arschloch. One. Two. Three. Four. Five. Okay, ist wieder drin. Alles schön. Ich find's cool. Es hat was. Oh, Cover. One. Two. Ah. Ich glaube, Orton wird ihm den Titel abnehmen. Ihm. Ihm. Roman Reigns. Ihm. Wär auch cool. Aber wenn er jetzt erstmal gegen Logan Paul antritt, sollte Kane nicht wieder zurückkommen? Nee, eigentlich nicht. One. Two. Three. Miserable auf Hinkauern. Wah? Das war doch top. Ich fand's top. Nur Bilder kann man nicht hochladen. Dann gibt's die Smackdown Review. Die ist schon online. Ben. Die Smackdown Episode war aber wirklich geil. Aber die ist schon online, die Review. Die wird auf dem Community Tab immer erst später geteilt. Ich glaube, um 16 Uhr wird die geteilt. Aber da müsste es auch schon durch sein. Aber ja. Kann es sein, dass das Spiel etwas schneller ist? Kannst du auch schneller, langsamer zählen. Zum Beispiel. Ja, ich weiß. Du kannst auch 1, 2, 3 zählen und so. Du kannst es auch langsamer machen und so. Das ist übelst cool. Geht schon. Aber ich fand mein Zählen jetzt gar nicht so kacke. Ringrichter Bewertung. Naja. Geht. Ich fand es gut, was ich gemacht habe. Ich lasse mir ja nichts erzählen. Ähm. My Story. Ja. Muss ich einen Charakter importieren? Das Dark Horse. Hey, wer ist denn das? Löschen? Was ist das denn? Hä? Wieso gibt es da schon was? Ist das bei euch auch? Hä? BW-Bump. Auch cool. Das sieht ja cool aus. Das ist ja geil. Dass sie das so nachgebaut haben. Full nice. Was ist das? Was ist das? Aber was für einen Story spiele ich jetzt hier noch weiter? Der Miz ist GM, what the fuck? Ist das eine Fortsetzung von der Story vom letzten Jahr? Die ich ja nicht gespielt habe, deswegen habe ich keine Ahnung. Aber das ist voll gut gemacht. Mit diesem ganzen Set und so. Das ist ja wirklich nice. Das heißt, er hat ihn hier gelegt. Das klingt, dass er für Krumm von Rowan's Table ist, Byron. William Regal's entries sind keine Schläufe. Finn Balor war der erste Universal Champion. Much der WWE Universe denkt, das ist Gunter's Zeit. Und Cody Rhodes hat sich versucht, die Geschichte zu Ende für ein paar Jahre. Das letzte Slot, though, Kayla. Was ist Regals Strategie da? William Regal still has one foot in developing young superstars. Raw's GM is going to make a match on the SummerSlam Kickoff Show for that last slot in the Tournament. Your guy, Kevin Owens. I mean, I wouldn't call him my guy. Your guy. Auch für Barriss Mania 2-Turn gegen Reigns und Cody wird Champion. Ja, nee. Ich sehe, mittlerweile sehe ich eigentlich R Triple H gegen The Rock an Tag 2. Aber schauen wir mal. So, aber jetzt muss ich doch trotzdem mir einen Superstar bauen, oder nicht? Ja, siehste. Und da habe ich schon keinen Bock drauf. Also, ich will jetzt nicht hier erstmal stundenlang im Creation Modus rumgammeln. Ähm, nur damit ich die Karriere dann starten kann. Und dann ist ja auch wieder die Frage, wenn ich das jetzt gemacht habe, ähm, kann ich den dann auch im Restlichen Spiel verwenden, oder andersrum und so? Deswegen, das ist echt jetzt nicht so krass. Und wieso konnte ich da was starten? Was ist denn hier mit? Hör, da kommt ja wieder was anderes. Ach so, einmal so und einmal so. Unleashed. Du definierst deine eigenen Regeln, wie die Wrestling Company ist, ähm... Ah, okay. Also, es gibt zwei verschiedene Stories. Okay. Na gut, wird schon passen. Aber ist das nicht das eine ist mit Frauen, das andere ist mit Männern? War das nicht sowas? Keine Ahnung. Na ja, ein Match kann man auch los. Na ja, das ist egal. Turnier ist auch immer noch drin. War Games. Ja, War Games wird sich auch nicht geändert haben. Also, 4 gegen 4, na ja, bleibt alles. Bast schon. Mach mal ein Leather-Man. Ich will mal gucken, ob das irgendwie anders ist jetzt. So, aber warte mal. Weißt du, wer nicht im Spiel ist? Kalito. Kalito kommt auch erst als DLC, wa? Wenn du Leute im restlichen Game verwenden willst, erstell dir ja den Charakter normal über den Creative Modus und importiere den Story Modus. Ja, ist wahrscheinlich besser. Auf jeden Fall, ich habe überlegt, ob ich so einen Contest mache. Weil ich würde ja jetzt wieder anfangen, mich selbst zu bauen. Aber ich habe überlegt, ob ich so einen Contest mache, dass ihr mich bauen müsst. Dann lade ich quasi meine ganzen Klamotten, meine Gesichtstextur und so weiter alles hoch. Und dann könnt ihr mich in WWE 2K24 nachbauen. Und der, der mich am besten getroffen hat, der kriegt irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro oder so. Was haltet ihr davon? Da sind jetzt vieler Zuschauer gerade da. Schreibt mal bitte in den Chat, was ihr davon haltet. So, ich hatte auch überlegt, der kriegt halt einfach für Restival dieses Jahr Tickets oder sowas. Das wäre auch übelst krass. Aber ich glaube, wenn es um Geld geht, dann machen mehr Leute mit, oder? Wie seht ihr das? Natürlich hätte man sagen können, okay, dann gibt es irgendwie Tickets für Animated Wrestling. Oder es gibt ein T-Shirt oder sonst irgendwas. Irgendwas halt. Aber ich glaube, es werden mehr Leute mitmachen, wenn es um Kohle geht. Ist zwar immer scheiße, Geld zu verlosen, aber es machen halt dann einfach mehr Leute mit. Die ist richtig cool, wird schwer, aber geil. Weil das wäre ja eigentlich auch mal ganz witzig. Finde ich. Den Gürtel hinter dir. Ja, oder sowas, aber das ist halt wieder zu teuer. Weil so ein Gürtel kostet ja mittlerweile 600 Euro. Das ist schon ein bisschen böse. Ja, Martin, mein 2K23 ist Intercontinental Champion. Nein, da muss ich mir den Titel wiederholen. Für mich wäre es schon mal eine Ehre, mit dir zu spielen. Aber das wäre, das habe ich so überlegt, dass man das vielleicht macht. Dass man so einen Contest ausruft. Kann man auch in den News machen oder so. Dein Eddy-Poster wäre schon cool. Kopie, frisch gedruckt, zahlt auch Porto. Ja, das geht ja nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Das mit deinen Tattoos wird schwer. Ja, das würde ich dann alles abfotografieren und euch dann halt irgendwie zum Hochladen. Dass ihr euch das dann runterladen könnt und dann halt selbst ins Spiel einbauen könnt. Weil das geht ja alles. Du kannst ja im Spiel alles einbauen, wie du willst. Für mich zwar nichts, aber Leute, die da gute Creations erstellen werden, so ein Selbstbewerb ganz nice. Verlust sind sie mal, ja. Aber, ja, ich überlege das zu machen halt. Da muss ich mich nicht hinsetzen und mir auch Martin Guerrero bauen. Ich meine, das Ding ist halt eh, wir zocken das Spiel ja eigentlich eh immer nur zu Pay-Per-Views. Und da spiele ich ja dann die Matches nach, die wir bei dem Pay-Per-View haben. Das heißt, eigentlich brauche ich ja gar keinen Martin Guerrero-Charakter. So. Aber wenn ihr den erstellt und hochladet für andere dann auch zum Download, dann ist das doch eigentlich voll witzig. Also wenn alle den hochladen und dann gibt es halt einfach zehn verschiedene Martin Guerreros und der, der am besten aussieht, der kriegt irgendwie Kohle. Ist doch voll geil. Oder? Für verschiedene Plattformen, wie PC und so. Ja, geht davon alles. Könnte man eigentlich machen. Vielleicht frage ich das morgen nochmal in den News, ob wir das so machen wollen. Und dann, ja, und dann mache ich halt Fotos von mir, von meiner Gear und so alles. Es gibt ja alles Fotos von mir. Ja, ähm, dann sollte das ja alles kein Problem sein. Schauen wir mal, ob wir das so machen. Damals, als sonntags noch MGTV gespielt wurde, das war noch Zeit. Ja, das stimmt. Aber das, es lohnt sich halt alles nicht mehr für mich. Das ist halt alles, ja, ich hab halt keinen Bock mehr drauf. A und B, es lohnt sich halt auch nicht mehr. Und ja, deswegen ist, die Streams, die Streamerei ist halt irgendwie, es macht halt Spaß, aber wenn ich halt generell nicht mehr so viel zocke, dann, ja, ne, was soll ich denn jeden Sonntag streamen, jeden Montag, Mittwoch, Sonntag streamen, wenn ich nichts zocke? Spielst du die Matches von Unlimited Wrestling im Stream? Ja, aber dann bräuchte ich ja alle Unlimited Wrestler. Weißt du? Das wäre natürlich cool, aber dann brauche ich ja alle Unlimited Wrestler. Und nicht nur mich. Und wenn, keine Ahnung, der Gewinner kriegt 100 Euro, ähm, dann bin ich ja arm, wenn ich das ganze Unlimited Wrestler nachgebaut habe. So, das ist ja auch für den Arsch. So. Das ist doch mal ein feines Leather Match. Das sehe ich. Unlimited nachgebaut, war auch voll geil. Ja, ist auch cool, aber, ja. Close-ups von deinem Gesicht. Ja, ja, also was gibt's denn alles? Würde ich alles bereitstellen? Sag mal, gibt's kein Entrance mit Lowrider in dem Spiel? Ich hab jetzt schon zwei, drei Matches mit Eddie gemacht und immer kommt er zu Fuß die Stage runter. Gibt's kein Lowrider Entrance mehr? Weil hier wäre ja jetzt mehr als genug Platz gewesen, um mit dem Lowrider reinzufahren. Oder nicht? Scheinlich kommt sie auf die Arena an. Ja, hab ich auch gedacht, aber hier ist doch Platz. Dann hab ich doch einen Punkt, den ich schlecht finde. Kein Lowrider. Mehr für Eddie. Ray gegen Santos bei Mania. Ja, denke ich schon. Bujaka, bujaka. Dominik, der gar nicht erhältst Preis von der Decke. Ja, wie die alten Titans, ja, cool. Also bei 23, 22 gab's ein paar Unlimited und die Bärs sahen mega gut aus. Manche machen das schon for free. Ja, aber wenn ich halt wirklich das gesamte Roster von der gesamten Show brauche, dann ist das schon viel. Okay, also da setzen sich doch hundert Leute, die alles nachbauen. Zumal ich ja auch immer den Anspruch habe, wenn ich denn darüber einen Livestream mache und so, dann muss das auch richtig geil aussehen. So, dann soll das nicht einfach irgendein Typ sein mit schwarzer Hose, sondern dann muss das alles top sein. So, weißt du? Ähm, ja, keine Ahnung. Aber so halt mich nachbauen, ist halt, glaube ich, ganz witzig, oder? Mit Geld als Preis. Welche Edition hast du? Die 40 Jahre Alles ist cool Edition. Oh! Ups, hingefallen. Oh, nice, Alter. Kam ich gerade von hinten ausgewichen nach hinten? Und einen schönen Zeit-Head-Lockgang. Auch cool. Flüssig zumindest. So, schau mal, was wir hier mit der Leiter alles anstellen können. Oh, Dauerexel. Schönen Nacken, ey. Oh! Ey, was ist das? Oh, schade, ey. Hätte der jetzt einen Bulldog gemacht, schön auf die Leiter? Ey, das wäre nice. Oh! Bang! Kann ich auf der Leiter langlaufen und mich denn so rausglitschen? Schade. Oh fuck. Lass mal hier alles abräumen. Kannst du die neue Wrestlemania zeigen? Ich hab die noch nicht freigeschaltet. Ach, mischt es. Bang. Bleib mal liegen. Ich will den... Ey man. Oh, Leckdrop vorbei. Oh, Suplex. Und... Neckbreaker. Boah, Kipp ab hier. Oh, nice. Wunderschön. Wheelbarrow DDT, Alter. Das ist nice. Aber jetzt gibt es erstmal ein paar Tres Amigos. Komm mal wieder in Smacks in Kiel. Kommen zum Catchen wäre cool. Ja, ich... Ich würde nicht Nein sagen über das Booking. Aber... Ich weiß nicht, ob das aktuell angedacht ist. Lowrider-Problem gab es schon bei Tuket für die Spiel. Verstehe ich auch nicht. Jaja, aber... Ich glaube, es ist jetzt gar nicht mehr drin. Ach, weißt du was? Ich will noch höher. Ich will nicht nur einen Frog Splash... Ey. Ich will nicht nur einen Frog Splash von der Ecke machen. Ich will hier ganz hoch hinaus. Wow. Mit Big E je wieder wrestling? Ja, denke ich schon. Oh Gott, schon. Aber wenn du mich beim Maximum wieder sehen willst, Luke, dann... Einfach Maximum anschreiben. Sagen, hier bucht mal wieder Martin Guerrero. Wenn die Fans das fordern, dann... Muss man halt auch bringen. So, das war schon mal falsch. Oh. Was ist das? Was ist das? So, schön in der Ecke hier. Zack, schön verdreschen hier, den jungen Mann. Oh, ey. Lass das. Oh Mann, ich will eigentlich auf den draufdiven. Ich will schön Froggy machen gegen den. Nein. Oh, ja. Oh, Crossbody. Wunderschön. So, jetzt aber. Geht er hoch. Geht er hoch. Ich weiß nicht, wie man da hoch geht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man da hoch geht. Hä, wie gehe ich da hoch? Warum geht das nicht? Bin ich zu blöd? Ich weiß es nicht. Hoppala. Da hat sich die Leiter wieder eingeklappt. Dann lässt man hier den scheiß Candlestick weg. Oh. Oh nein. Oh nein, das endet schmerzhaft in der Leiter. Das sehe ich doch schon. Und zwar für dich. Für dich. Oh nein. Zumindest kann man auf der Leiter drauf rumrennen. Das ist schon mal ein bisschen besser gecaptured. So. Und da haben wir sie wieder. Au. Okay, der ist wirklich gut gecaptured mit der Leiter. Ah, nochmal drauf. Und gleich nochmal. Zack. Oh, fuck. Drei Amigos auf die Leiter. Oh, ist das brutal. Ach, scheiße. Ich bin zu blöd zum Aufstellen, ey. Hat Eddie einen super Finisher? Oder den kann man nämlich mal... Ne, der hat keinen super Finisher. Hä, aber wie komme ich denn da hoch? Zumindest mit dem Knopf, womit man das sonst immer konnte, geht's nicht mehr. Also irgendwie gibt's eine neue Steuerung für Leiter hochklettern. Oh, wunderbar. Schön der Erkonto. Vielleicht einfach drauflaufen? Ne, das... Oh, jetzt hat er die wieder umgeschubst. Mensch. Lass es doch mal sein. Oh, nice. Ah, auf die Leiter. Oh. Wunderbar. Voll geil. Das ist schon alles. Da sind schon schöne Moves dabei. Da kannst du nichts sagen. Zack. Frog Splash. Weißt du, wie man Frog Splash macht? Zeig dir das mal. Enzo Giri. So. Zeig ich dir mal, wie das richtig geht. Frog Splash. So. Steuere Leiter hochklettern ist gleich geblieben. Hä? Wieso bin ich denn zu dumm? Erstmal schmeiße ich den immer daneben. Das ist schon mal scheiße. Mit was denn? Ah, okay. Jetzt hab ich's. Oh, Double X-Handle. So, warte. Jetzt machen wir das mal. Bleibt man da liegen? So, und jetzt. Jetzt. Oh. Okay, er dreht sich sogar. Das ist ja wunderschön. Ich kann kein Frog Splash von da oben machen. Wach, mach keinen Scheiß. Dann sowas. Okay, jetzt haben wir die Steuerung zumindest. Aber wieso kann ich kein Frog Splash von hier oben machen? Das ist doch scheiße. Dann muss ich halt greifen. Dann müssen wir's halt so machen. Ups. Aber hier kann ich doch Finisher machen. Komm mal her. Komm hoch. Komm hoch. Hey, die hat doch immer so wunderschöne Aktionen hier gezeigt. Zack. Oh, jetzt. Das ist doch genau die... Ja, 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 ja. Oh, what the fuck? Er hält sich fest. Nicht dein Ernst. Alter, was ne unfaire Aktion. Und damit gewinnt Ray. What the fuck? Ich wollte meinen Finisher machen und er hat sich festgehalten an der Leiter. Er hat meinen Finisher gekontert und ich fliege einfach komplett aus dem Ring. Voll brutal. Alter, ey. Nach dem Match den Einzug erstellen. Gucken, ob der L'Oreal wirklich nicht mehr gibt. Okay, also ist das auch noch so wie vorher. Ist das alles gut. Schon nicht zu dumm. Einzug. Einzug. Superstar. Eddie. Ne, da ist er. Oh, das ist doch mal ein richtig neuer, oder? War der nicht umsonst rot? Gut. Cool. Also es gibt neun... Neun, äh... No-Ride-Entrance wahrscheinlich. Aber wieso ging das in den eben genannten Arenen nicht? Das ist doch schon nice. Okay, es gibt den Low-Ride-Entrance immer noch. Aber ist der neu? Ist die Bewegung neu? Haben die den neu gemacht? Das ist doch alles fähig. Can you feel that here? Okay, easy. Gut, also, ähm... Ja, Low-Ride-Entrance ist weiterhin drin und weiterhin geil. Sehr fein. Gerade, wenn das Blut von der Matte verschwunden ist. Dass das Blut von der Matte verschwunden ist? Wieso? Ne, es ist drin. Also das Feature ist schon drin. Dass, wenn du blutest, dass es auf der Matte kleben bleibt und so. Das ist schon da. Heute ist MyDocs mit deinem Gutschein eingedeckt. Sehr gut. Ja, geil, Superman. Sehr, sehr cool. Freunde, das solltet ihr auch machen. Steppt mal rüber auf MyDocs.com und gönnt euch mal noch das, was noch da ist. Mit dem Gutschein-Code Martin kriegt ihr so krass viele Prozente heute. Weil wir haben so einen übelst kranken End-of-Winter-Sale. Und das ist einfach nur mal krass. Also es gibt bis zu 60% reduziert. Und mit dem Gutschein-Code Martin nochmal 40% auf euren Warenkorb. Dann nochmal. Also es ist einfach so krank. Deswegen auf jeden Fall auschecken. Könnt ihr euch nochmal richtig gut eindecken. Aber ne, der Bug ist immer noch drin. Naja, wenn ich das nächste Mal spiele, dann wird das, denke ich mal, nicht mehr der Fall sein. Okay, Freunde, das war's dann erstmal für heute mit dem Livestream. War eine kurze Runde, aber dafür schön, hoffe ich. Könntest du mal eine Frage oben lesen. Mach Smackdown dann vielleicht. Was genau ist eigentlich die Aufgabe von Producern bei Matches? Zum Beispiel Jason Jordan. Was genau bestimmt der im Match? Bei WWE? Alles. Du gehst rüber in die Ecke. Rippst ihn rüber. Gibst ihn in den Clothesline. Gibst ihm einen Stunner. Gibst ihm das und das. Das machen alles die. Super dumm. Super dumm. 70 Monate Reset ab. Merv 8 Monate Reset ab. Dankeschön, Freunde. Ja. Geht zu dem Stream von gestern auf YouTube hoch? Ja. Kommt alles auf YouTube auf meinen Gaming-Kanal. Beziehungsweise auf meinen Zweitkanal. Der heißt jetzt Martin Guerrero Extra. Also checkt das aus. Und dann sehen wir uns im nächsten Stream. Checkt Smilodogs aus. Ich will, dass ihr euch da richtig schön eindeckt. Und dann sehen wir uns im nächsten Stream. Im nächsten Video. Schaut euch mein Video zu WWE 2K24 an. Was in zwei Minuten online kommt. Das perfektes Timing hier. Also Freunde. Weitermachen. Wir sehen uns. Macht nicht mehr das Dolle. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.